Ich lerne Deutsch. Nummer 14973 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich bin bereit, mich von alten Gewohnheiten zu lösen und Platz für Neues zu schaffen. Ich bin bereit, mich von alten Gewohnheiten zu lösen und Platz für Neues zu schaffen. Ich bin bereit, mich von alten Gewohnheiten zu lösen und Platz für Neues zu schaffen. Bei diesem schönen Herbstwetter liebe ich es, draußen zu sitzen und die Natur zu genießen. Bei diesem schönen Herbstwetter liebe ich es, draußen zu sitzen und die Natur zu genießen. Meine Tochter und ich besuchen meine Mutter am Muttertag. Meine Tochter und ich besuchen meine Mutter am Muttertag. Meine Tochter und ich besuchen meine Mutter am Muttertag. Das ist für alle eine große Freude. Die Hausaufgaben sind optional. Sie werden nicht benotet. Die Hausaufgaben sind optional. Sie werden nicht benotet. Die Hausaufgaben können gemacht werden, sind aber nicht erforderlich und haben keine Auswirkungen auf die Note. Das hast du richtig verstanden und ich werde dir jetzt noch mehr Beispiele dazu geben. Das hast du richtig verstanden und ich werde dir jetzt noch mehr Beispiele dazu geben. Das hast du richtig verstanden und ich werde dir jetzt noch mehr Beispiele dazu geben. Mein Training war erfolgreich. Die Smartwatch zeigt gute Werte an. Um Barkeeper zu werden, gibt es keine spezifischen Bildungsvoraussetzungen. Um Barkeeper zu werden, gibt es keine spezifischen Bildungsvoraussetzungen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ja, wir haben noch nicht. Ich werde dir jetzt unbedingt ein Beispiele machen. Ich werde greatest Werte an. Deine Musik werden. Ich werde jetzt noch mehr Beispiele machen. Ich werde mal um diese Beispiele machen.